Hi, Digger Yoshi, der euch wieder mal eine DVD näher bringen möchte und zwar ist diesmal das Comedy-Duo Mundstuhl, nur vom feinsten Live. Das war glaube ich das erste Bühnenprogramm, was auf DVD rauskam. Es war in so einer Comedy-Pappschuber-Gedöns mit drin, aber beim Abziehen des FSK-Stickers glaube ich damals, der auch vorne drauf war, ist mir die Pappe hinterher gekommen, also eingerissen und da habe ich dann gedacht, ach scheiß drauf, weg mit den Schuber. So, ja, zu den Comedy-Duo Mundstuhl, muss man da viel sagen, braucht man da viel sagen, also das sind halt die Gesichter zu den Wäscherzählern. Ich finde die beiden auch sehr lustig und auch echt herber Humor, derber Humor, aber cool, also sie haben auch so mehrere Figuren, die sie da spielen, Tragan und Alda, die halt sehr bekannt sind, würde ich sagen, und auch beliebt. Und, ja, sollte man mal geguckt haben, das war's wieder von mir, bis demnächst, Digger Yoshi!